Man muss die Komplexität wissenschaftlicher Erkenntnisse, da macht die Klimawissenschaft keine Ausnahme, die Komplexität reduzieren. Und zwar auf die jeweiligen Möglichkeiten der Rezipienten. Wir nennen das Complexity on Demand. Das heißt, unterschiedliche Zielgruppen müssen barrierefrei solche Informationen aufnehmen können. Und dazu muss man dann auch unterschiedlich weniger komplizierte Darstellungen bieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017